der bunte pfeffer den ich bei kräuter werner gekauft habe der ist hammer natürlich in kombination mit meinem kobebenpfeffer und vanilleschote in der haus rein da und ist denn da alle drin pistazie unter pfeffer grüne oliven eine packung hefe 5 gramm zucker 7 gramm hefe ab im kühlschrank bis morgen ja ist schon ordentlich lebendig dieser teig aber der muss noch eine halbe schon ordentlich geknetet werden ordentlich onkel die sieht ja ganz ganz fürchterlich aus in dem topf ja guter ich mag das alte getrocknete und schwarze olivenbrot mit einer handvoll kümmel in der haus was denn sonst